Stimmt alles weg, da ist die Tür plötzlich zugegangen. Wo bist du? Ah! Ah! Nein! Nope! Vicky ist es zu argmärzbar, wie ist es zu tun? Hoh, ho,annel ist es zu argmärzbar, ich komm tekab. Oh ja, sie kwam, sie kwam so Oh, 10 Leute, 10! Ist denn mich hier tot? Nein, nein, hier lebt noch. Hey, ihr müsst mich holen, ihr müsst mich holen. Ah ja, Lichter sind an. Lichter sind an, ich komme hier. Ich bin aus dem Bergdorf rausgegangen, alles lecker, das ist dem Typ, der sich zugegangen. Wo bist du? Seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Nein. Nein. Wie heißt der Geist? Donald Jackson. Donald Jackson. Okay, das sieht anders aus. Oh, der Lichtpusskasten ist gleich im Eingang, sehr geil. Habt ihr Geld? Oh, wer war das? Was habt ihr das gemacht? Ja. Ach ne, ist der Pasche. Hat einen Lichtschalter hier irgendwo gesehen? Okay. Hat irgendwer den Thermometer dabei? Ja. Oh. Oh. Ne, Sicherungskasten. Geht doch ganz viel Licht angemacht. Donna Jackson. Hier ist Stufe 2. Donald Jackson. Hier ist Stufe 2. Donald Jackson. Ich werde unsere zwei Kameras erst mal irgendwo hin platzieren. Damit sie im Haus sind. Leute, hier gehts raus. Ja, hinterher auf glaube ich würde sagen. Ja, hinterher auf glaube ich würde sagen. Drinnen waren wir schon. Okay. Hat der unten alles abgecheckt? Ähm, ich verahne. Hier links war ich noch nicht drin. Dann der geh rein. Niemand hält dich davon ab. I don't know. Donner Jackson. Gib uns ein Zeichen. Donner Jackson. Gib uns ein Zeichen. Donner Jackson. Donner Jackson. Was geht hier? Warte, bitte. Kannst du... nein. Sicherung ist aus. Sicherung ist aus. Sicherung ist an. Stufe 2 Michi, was machst du da? Geisterbox Ich bin so dumm, ich hab meine fucking Kameras nicht angemacht Du bist sehr intelligent Michi Der war direkt am Abend Geisterbox haben wir schon mal Irgendwo sind 10 Grad 7 Grad, 6 Grad, gleich am Eingang 5 Grad Gleich am Eingang Machst du ganz toll Michi Ja, ja Es ist hier Es ist hier Ja nach oben Warte auf mich Ich komme im kurzen Fix Ihr könnt auf mich verlassen Geisterbox Es gibt noch mal, are you kidding me? Es gibt noch mal, are you kidding me? Was ist hier, Andrzej? Sorry Hey, der Reader sagt doch nichts Hey, der Reader sagt doch nichts Vielleicht auch besser so für das erste Ah, ist ja aber schon eine gute Spur Leute, es ist hier am Eingang Es ist am Eingang, safe, 100% Gut, es ist ein goddamn Dachboden Gut, es ist ein goddamn Dachboden Ein Dachboden ist auch was? Da ist ein Dachboden Achso, jaja, aber der ist nicht am Dachboden Trust me Also, hier ist Signal Jaja, es ist gleich am Eingang Wo ist mein Weg? Donner Jackson Gib uns ein Zeichen Schreib in das Buch Wer war das von euch? Ich war das Ich hab's nicht gerade ausgemacht Ich hab die Kamera aufgestellt, du kannst in den Truck gehen Im Truck kannst du nachschauen Ich hab da eine Kamera aufgestellt Muss funktionieren Licht hat geflackert? Ja, ich hab's gesehen In dem Raum hier Siehst du die Bleistdauer, Psyhle? Ne, noch nicht Oh Gott, Michi Du gehst nicht raus Geh doch nur 10 zu Geh doch nur 10 zu Michi Ich kann raus, ich kann raus Verdammt Das sind wie angeflunkert Das ist ein kleine Ohr Nein Keine Ohr Keine für die Temperature Geil verkaufen Die erste Box haben wir schon Ich hab die Finger aufgestellt, aber ich sehe auch nichts Hat jemand von euch die E-Mail hier? Ich hab ihn Ich bin auch hier doch Ich bin hier aber Oh, 3 3 3 3 Ne, der ist hier Der ist hier Ich Der muss direkt hier stehen Der ist steht hier im Eingang Wer ist der Geist? Ich glaube Donald Jackson. Donald Jackson. Donald Jackson. Gib uns ein Zeichen. Donald Jackson. Donald Jackson. Gib uns ein Zeichen. Donald Jackson, was ist mit dir passiert? Wie ihr so mit diesem Eingang geht? Donald Jackson, wie bist du gestorben? Äh, Donald Jackson? Ach, das ist ein Geist, der nicht aktiv war, wenn mehrere zusammen waren. Weiß ich nicht. Also auf der Reader Seite auch nichts mehr, Leute. Ach, hier ist 3k Celsius. Ich bin gerade echt so. Ich kann's mal in die Lichtschalter hier schauen. Und den hat sie von ein ausgeschaltet. Ja, ja, ich seh's. Fingerabdurin, siehst du die? Nein, weil du nicht draufläuftest. Ich glaub auch. Aber es ist ein Bug, glaube ich. Die muss hoch sein. Es kann auch sein. Aber es sind welche. Ganz klein. Ich seh's nicht. Ganz klein, ja. Kannst du an die Fenster kurz leuchten, darf? Drei. Buche auf, buche auf. Da steht was drin. Drei, da. Wir haben ab. Wir haben ab. Nee. Wir sind uns nicht sicher, ob es wirklich die Fingerdrücker sind. Ja. Gib mir mal die Leuchte. Ich hol die Fotokamera, dann können wir ein Foto machen. Ich hab die dabei. Ich hab die dabei. Du hast die dabei. Ich hab nur nichts gesehen. Ich schau jetzt auch noch wegen den Fingerdrücken nach. Michi, nimm mal den Reader mit und sag uns, wenn was passiert. Okay, ja, ne. Aber du musst schon natürlich mitkommen. Ja, ja. Oh, oh, oh. Okay, ich mach mal. Ja, gut, ey. Die Leuchte haben auch gefackelt. Ja, ja. Du hast wieder ein Fingerdrück drauf, ja? Das ist der Fingerdrücker. Wo denn, wo denn? Ich muss, lass mich doch ein Foto machen. Ähm, wo denn? Ja, ich seh's nicht. Ja. Sag mal auf. Ja. Ich mach und mach den hinten auch nochmal. Da, äh, da, wo ich gefangen bin. Das sieht man da kaum. Ich glaub, das sieht man. Michi, kannst du weggehen? Nice, Leute, sehr gut, sehr gut. Aber auf dem Bild sieht man's nicht. Echt? Nee. Okay. Das hat, ich, 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 ich geb's mal runter. Kannst mal anschauen. Kannst mal anschauen. Äh, gehst du nochmal rein, Mast? Äh, läufst es hin, dann mach ich ein Foto davon. Man sieht echt nichts. Michi, kannst du kurz reingehen und schauen, ob das abgeakt ist? Was ist abgehakt? Bisschen weiter nach links? Hoch? Ja. Perfekt. Runter? Ah, das, das funktioniert nicht, weil wir, äh, wenn die Kamera nicht machen. Doch, 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 pass, pass, schaut mal im Journal nach. Da steht Fingerabdrücke jetzt bei dem einen Bild. Bei einem Bild steht Fingerabdrücke. Das stimmt, ja. Das ist gut. Ähm. Wir haben... Kann ich noch reinschauen, ob was abgeakt wurde, oder? Ja, ich bin verdammt. Das ist ein Spirit. Und... Okay. Wir müssen ihn noch spiegern. Well, see you guys later. Ja, ich hab ein größer Fix. Wo hast du die Kameras aufgestellt, Michi? Weil dann stelle ich die Kameras rum, um mich herum, und... Eine habe ich direkt am eigenen Anpass, unter der Treppe, so. Unter der Treppe? Ja, so halb. Rechts, wenn du rein gehst. Ah, das ist der schwächste Geist. Das ist doch nicht das Problem. Ich wollte mir wohl kurz eingehen und hab die Tür zugemacht. Äh, wir räuchern denn jetzt aus hier mit den... Ich glaube... Leute, wir räuchern das jetzt aus. Wir hatten die Trigger alleine. Wo ist der EMP-Reader? Weil, nehme ich den mit, dann weiß ich, da wo sie ist. Dann hab ich. Äh, wir räuchern den jetzt... Wir räuchern das aus. Echt? Nee, wir müssen hier dann triggern. Also, wir müssen... Ja, aber wenn was passiert... Ja. Und dann ist Kluzifix auf den Boden schmeißen. Fack ich an der Licht. Michi? Ja. Ich bin da. Die EMP-Reader ist... Zeigt nichts an. Dona... Nee. Dona Jackson? Dona Jackson. Dona Jackson. Kannst du uns hören? Dona Jackson! Dona Jackson, gib uns ein Zeichen. Steht noch zwei an. Dona Jackson. Dona Jackson. Dona Jackson. Dona Jackson. Dona Jackson, gib uns ein Zeichen. 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 Es ist nur unser fucking Spirits, Leute. Oh! Schuhe vier. Hello there. Dona Jackson. Zeig dich. Dona Jackson. Zeig dich. Dona Jackson. Was ist mit dir passiert? Dona Jackson. Gib uns ein Zeichen. Oh, was war das? War das was? Wart ihr das so? Fuck, ich hab kein Licht, Mann. Ich seh das nicht. Dona Jackson, hab ich... Was war... Weitere hast du wieder schon. Irgendwas hab ich gesehen, aber ich... Ich hab kein Licht, deswegen... Kann auch sein, dass ihr das war. Das ist diese komische Ding hier oben. Dona Jackson, Dona Jackson. Mach mal die Tür zu einfach mal, dann. Okay. Ey, ey, ey. Kommt ihr, ey, ey, ey. Wer steckt sich da draußen? Alle rein, alle rein hier. Alle rein, keiner ist draußen. Ich schau mal, ob bei der Stärke... Ey, ey, ey. Wenn ihr im Erfnis ist. Dona Jackson. Dona Jackson, Dona Jackson, Dona Jackson. Ah, es ist nur bei 3 gewesen, die Stärke. Ich glaub, der Spirit will nicht, Leute. Hallo? Hallo. Ja, ich weiß nicht, ob das nicht so lohnt. Wo ist Setschan? 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 Oh, 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 oh Oh, 10 Leute, 10! Wer ist denn Bichy tot? Nee, nee, Bichy lebt noch. Bichy lebt noch. Hey, ihr müsst mich holen, ihr müsst mich holen, ich seh nix, ich hab keine Tärschnucke. Ah ja, Lichter sind an, Lichter sind an, ich komme. Ich bin aus der Backdoor rausgegangen und dann ist die Tür plötzlich zugegangen. Wo bist du? Oh oh. Ah, 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 nein! Gott, dammit! Leute, hilf mir bitte! Kommt, ich hab keine Taschenlappe! Ich bin unten am Eingang, geradeaus glaube ich. Ich trau mich nicht mehr weiterzugehen, ich wollte gerade rausgehen und dann haben die zu die Tür zugegangen. Ist die schon weg? Ja, ist sie weg, sonst kann ich nicht mit euch reden, über Walkie. Ich sehe ein Licht, ah ok, ich komme zu euch, ich komme zu dir, wer ist das? Ich? Hallo? Komm schnell! Ja, ich komme. Ist er schon weg? Zeh schon, komm. Zeh schon? Aah. Zeh schon. Zeh schon, komm. Oh shit. Ah shit, er ist zu. Hahaha. Ah ha ha ha. ich wusste ich dachte ich wäre alleine ich werde ich werde direkt neben dir bisschen auch mit reinkommen dann ist ja auch drin ja ach wie witzig deswegen habe ich nichts gesagt ich habe heute versteckt gefunden ich glaube ich habe irgendwo versteckt wir machen das nicht normal der ist ein nichts nutz er hat nicht immer das grund zu fix benutzt er steht wahrscheinlich mit uns im werden und ja ich glaube das bringt zunächst es ist auf jeden fall ein spirit ja ich habe es so gut ich bin direkt zu dir gelaufen dich zu schützen das kruzifix bringt einfach mal gar nichts habe ich ja ich habe sie gesehen habe sofort geschmissen okay weil ich davor das gemacht habe als ich die lichter gefärbt hat das auch nicht funktioniert